Was ist hier los? Was ist eigentlich ein Vermögen? Bist du dumm oder was? Oh, nicht die schon wieder. Was macht ihr denn hier? Das wüsstest du gern, was? Sieht vielleicht ein bisschen schäbig aus, aber was zählt sind ja die inneren Werte. Ich spüre, dass es das Ding in sich hat. Das sind die Lappen aus dem Remake. Sie sind reicher als reich. Super reich nämlich. Cloud, sieh nur. Das ist doch... Ihr habt es auch auf das Ding abgesehen. Wir haben es aber zuerst gefunden. Edge, Edge. Das ist unser Vermögen. Wenn ihr euch quer stellt, dann... Du glaubst doch nicht, dass du uns damit einschüchtern kannst, oder? Oh nein, es ist alles aus. Das ist unser Ende. Ich stelle mich tot. Ich stelle mich tot. Haltet die Klappen, ihr Halbaffen. Willst die Lausche und hört mir zu. Ich habe einen genialen Plan. Ich nenne ihn... Operation Lockvogel. Ein Lockvogel. Ein Lockvogel. Ein was? Aber gibt es denn Vögel mit Lockvogel? Oh ja, euch. Ja. Ich bin ein Lockvogel. Einmal die Arme schön gemacht. Ich bezahle euch Vögel in den Friseurbesuch. Wie ihr das überlebt. Ich bin zumal im Versteck. Verflucht. Jetzt wird's haare. Bereit für die Wälder? Oh ja. 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 Die Protosubstanz scheint sich zu bewegen. Er bitte einen Statusbericht. Sie ist in Besitz von Dieben. Verstehe. Das erklärt es. Zum Glück konnte ich ihr Ziel bereits lokalisieren. Ich schicke dir die Koordinaten. Cloud. Die Protosubstanz ist ganz in der Nähe. Die Diebe scheinen sich ein Lager errichtet zu haben. Zumindest kochen sie gerade etwas. Wenn ihr euch frontal nähert, laufen sie sicher wieder weg. Nutz die Container als Deckung. Wie konntest du uns nur einfach so zurücklassen, Bart? Blöde. Hört sich doch was bewegen. Ich musste es tun. Für den Schatz. Ich trage schließlich die schwerste Last. Schwerste Last? Was trägst du denn? Äh. Na den Schatz natürlich. Und die Verantwortung als Boss. Ach so. Ist doch genug für uns alle da, oder? Meint ihr, wir sind hier sicher vor diesem Alleskönner? Bleib. 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 Ich hab so nen Hunger. Was ist denn das Essen fertig? Wenn ich sage, dass es klappen ist? Was war das denn? Es muss verdammt noch mal gut durch sein. Willst du mir sagen, dass das für dich doch durchaus sieht? Wie sie sich freuen, Alter. Voll am Rollen der Lappen. Wohl auf den Mund gefallen. So kommen wir garantiert nicht ins Geschäft. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Was machen wir denn jetzt? Nur in die Ruhe. Ich habe für mich einen geniessen Plan. Ich nenne ihn Operation Opferlaft. Was ist denn ein Opferlaft? Wir sind mir zu blöd. Die Zeit recht. Malzeit! Cloud, sag mal, die Protosubstanz scheint sich wieder zu bewegen. Du kannst sie doch problemlos orten, oder? Klar, selbstverständlich. Ich habe auch schon das nächste Ziel der Banditen ausgemacht. Viel Glück beim weiteren Verlauf eurer Suche.